In Teil 1 der neuen Videoserie über Prop Trading, insbesondere FTMO, wollen wir uns natürlich mal der Frage stellen, was ist eigentlich Prop Trading, was sind die Vor- und Nachteile des Ganzen und was brauche ich überhaupt dafür, um das machen zu können? Okay, bevor wir mit dem Ganzen anfangen, ein kurzer Disclaimer, dieses Videos in keinster Weise Anlageberatung oder Steuerberatung oder Rechtsberatung, denn ich besitze keinerlei Kompetenzen auf diesen Gebieten. Alles, was ich dir erzähle, ist einfach nur meine eigene persönliche Erfahrung basierend auf meiner Recherche und kann vollständig falsch sein. Okay, Risikodisclaimer erledigt, dann stellen wir uns doch der Frage, was ist denn eigentlich Prop Trading? Ich will dich auch gar nicht mit einer Definition langweilen, sondern dir einfach erzählen, wie ich Prop Trading beschreiben würde. Also, du gehst zu einer Firma hin und erwirbst die Möglichkeit, ein Konto zu bekommen. Ein Konto, das von der Firma kapitalisiert ist, das heißt, es ist nicht dein Geld auf diesem Konto, sondern das der Firma. Hat er eine bestimmte Größe, kann 20.000 US-Dollar sein oder bis zu 200.000 US-Dollar, kommt dann immer auf den Anbieter an, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr große Summe. Was du machst, ist letztendlich mit diesem Konto handeln, Gewinne erwirtschaften im besten Fall und diese Gewinne mit dem Unternehmen dann teilen. Das ist so das Grundkonzept. Jetzt ist die Sache die, in Deutschland ist es ja nicht möglich, als privater Trader Fremdkapital zu handeln. Heißt das Ganze jetzt, dass du eine Lizenz bei der BaFin brauchst? Nein, glücklicherweise nicht, denn diese Anbieter wie FTMO haben das Ganze technisch relativ geschickt gelöst. Du hast nämlich niemals ein Echtgeldkonto, sondern sie stellen dir ein Demokonto hin und kopieren die Trades von diesem Demokonto auf ihr eigenes Konto. Wichtig an der Stelle ist noch, dazwischen sitzt ein Algorithmus, der selbst aussortiert, welche Trades übernommen werden und welche nicht. Das hat für uns insofern Implikationen, weil ein 1 zu 1 Trading rechtlich immer noch kompliziert wäre und quasi Fremdkapitalverwaltung darstellen würde. Durch den Algorithmus, der selbstständig entscheidet, was er damit macht, bist du damit quasi raus. Das heißt, Lizenz von der BaFin sollte nicht notwendig sein. Wichtiger Hinweis an der Stelle, um sicher zu sein, solltest du natürlich immer deinen eigenen Rechtsanwalt zu solchen Themen fragen. Das ist nur meine Erfahrung. Okay, das heißt, technisch gesehen handelst du immer mit Demogeld. Was sind denn jetzt so die Vor- und Nachteile? Also Vorteile für dich natürlich ganz klar, du kommst sehr schnell an sehr große Summen, mit denen du handeln kannst. Große Summen ermöglichen dir natürlich exorbitant große Gewinne, für die du unter Umständen, wenn du selbst privat mit einem kleinen Konto anfängst, sehr lange brauchen würdest. Weil überleg dir einfach mal, wie lange du brauchst, um ein Konto von sagen wir mal 1000 Euro auf 200.000 Euro hoch zu traden. Und da geht das Ganze natürlich deutlich schneller. Das heißt, der größte Benefit ist natürlich, dass du sehr schnell in einen guten Verdienst kommen kannst und damit dein eigenes Vermögen viel schneller skalieren könntest, als wenn du von Null auf anfängst. Für die Firma ist das natürlich auch gut, weil sie im Endeffekt an zwei Baustellen verdienen kann. Zum einen die Trader, die die Challenges überhaupt erst bestehen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zumindest Gewinne erwirtschaften können, es sei denn, es war halt Glück, die könnten einen Partner darstellen und langfristig das Kapital des Unternehmens eben vermehren durch Trading. Auf der anderen Seite stehen dann natürlich der Großteil der Leute, der diese Challenges gar nicht erst schafft. Und ich meine, es ist irgendwas im hohen 90%-Bereich an Leuten, die da durchfallen, die halt die Challenge-Gebühr bezahlen und dann natürlich nicht mehr zurückbekommen. Das heißt, fürs Unternehmen ist es ein Win. Und für dich, wenn du gut genug bist, dass du die Challenges bestehen kannst, ist es ebenfalls ein Win. Was für Nachteile hat das Ganze? Also, zum einen natürlich, dass du in deinem Handelsansatz deutlich eingeschränkter bist, als wenn du privat handeln würdest. Einfach, weil du dich an Regeln halten musst. Das können bestimmte Regeln sein zu News, das können Regeln sein natürlich auch zum Drawdown. Vielleicht bist du jemand, der einfach für sein System 10% Drawdown nutzen muss. Oder du bist jemand, der ein System benutzt, das immer wieder nachlegt, die Positionsgrößen verdoppelt oder so Sachen. Dann hast du natürlich Probleme, weil du musst dich an die Regeln halten, sonst bist du raus und verlierst dein Konto oder verlierst die Challenge. Das heißt, Nachteil ist auf jeden Fall ein, ich sag mal, engeres Korsett an Regeln. Steuerlich gesehen, wie gesagt, ich kann auch dazu keine Beratung liefern, aber du hast hier natürlich ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Vorteile gegenüber dem privaten Handel sind, dass wir nicht mehr mit dieser Stand jetzt 2022 bescheuerten 20.000 Euro Verlustregelung konfrontiert sind. Und falls du die noch nicht kennst, googles gerne. Sehr, sehr unangenehm. Das heißt, da bist du in dieser Art raus. Auf der anderen Seite hast du aber den Nachteil, dass du nicht mehr in den Kapitalerträgen versteuert wirst, in der Regel, sondern vermutlich mit deinem persönlichen Einkommenssteuersatz. Mehr möchte ich dazu an der Stelle noch gar nicht sagen. Ich komme noch auf, darauf zu sprechen, wenn wir uns dem Thema Gewerbe widmen. Gewerbe ist auch ein super Stichwort. Was brauchst du, um das Ganze zu machen? Ein Gewerbe. Weil du damit ja quasi einen Beruf ausübst, eine Partnerschaft mit einem Unternehmen und das Ganze kannst du nicht mehr privat machen, sofern du damit Geld verdienen möchtest, sondern musst ein Gewerbe dafür anmelden. Was du da alles zu beachten hast und was es für Tipps und Tricks gibt, verrate ich dir dann im nächsten Video, wenn wir uns dem Thema widmen, was brauche ich alles dafür, um Prop Trading machen zu können. Okay, das soll für heute dann auch schon alles zum Thema Prop Trading gewesen sein. Wir machen nächstes Mal mit Video Nummer 2 weiter, nämlich dem Thema Gewerbeanmeldung und was muss ich alles beachten. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen und wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo von dir freuen. Ansonsten wünsche ich wie immer stabile Trades, pass auf euch auf und pass auf euer Konto auf. Ciao, ciao.